Zum Schluss der Stahlhaus, zum Schluss der ganzen Organisation, also im einen Raum ist da hier alles richtig gemacht und das gehört heute dazu. So, wir reden nochmal ganz kurz, Vicky, darf ich dich unterbrechen, die haben ja diese komischen Sprungschanzen in Anführungszeichen, die kleinen Curves weggemacht, das ist glaube ich nicht schlecht, oder? Aber sonst wäre vielleicht noch...